Hallo, wir erklären Ihnen, wie Sie im Göttinger Universitätskatalog E-Books finden können. Starten Sie Ihre Suche nach dem von Ihren gewünschten E-Book über die Homepage der SUB. Hier finden Sie einen Link zum Göttinger Universitätskatalog. Er enthält die Bestände der SUB Göttingen und auch die der Instituts- und Seminarbibliotheken der Universität Göttingen. Fall 1 nehmen wir an, der Titel des E-Books ist Ihnen bekannt. Sie suchen das Buch Perspektiven sozialer Demokratie in der Postdemokratie von Oliver Eberl. Ein E-Book erkennen Sie an diesem Symbol, mit dem Online-Ressourcen im Katalog gekennzeichnet werden. Über den Link auf der Seite gelangen Sie zum Volltext. In diesem Fall ist der komplette Download leider nicht möglich. Sie können das E-Book aber online lesen. Vervielfältigungen, zum Beispiel Kopien oder Downloads, sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Fall 2 nehmen wir an, Sie suchen E-Books zu Ihrem Thema Bildungsungleichheit. Wir nutzen die erweiterte Suche, um gezielter nach Online-Ressourcen suchen zu können. Geben Sie das Thema ein. Ein Tipp, fügen Sie am Ende des Wortes ein Fragezeichen ein. Um gezielt nach E-Books zu suchen, sollten Sie nun die Materialart eingrenzen. Standardmäßig werden alle möglichen Medien in die Suche nach einem Thema mit einbezogen. Klicken Sie deshalb zuerst beim Materialart auf Keine und wählen dann nur die Option Online-Ressourcen ohne Zeitschriften aus. Als Ergebnis Ihrer Anfrage erhalten Sie eine Liste mit E-Books, Arbeits- und Diskussionspapieren. Wählen Sie nun die interessierende Publikation aus. Sie erhalten dann weitere Informationen zu diesem Titel. Bitte beachten Sie hier die Anmerkungen und Hinweise zu den Nutzungsbedingungen. Über den Link auf der Seite gelangen Sie zum Volltext. Sollten Sie Fragen haben oder weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an uns.